Es ist ganz still in meinem Zelt. Oh, es ist so still in meinem Haus. Ich höre ja gar nichts, ja. Alles ist so still, ach ja. Auf einmal geht das Fenster rauf, ach ja. Ich dachte, warum geht das Fenster rauf? Schaue gleich hinaus mit einem Prügel, ja. Auf einmal sehe ich einen Brecher, ja. Einen Brecher auf meinem Dach sogar. Ja, hau mit dem Prügel gleich auf ihn hinab, ach ja. Dann springt er runter von diesem Haus, ach ja. Und brüchst sich vielleicht noch einen Knochen, ja. Aber dann schmeißt er sich das Auto und fährt schnell weg, ach ja. Ja, dein Brecher hat genug, ach ja. Die hat sich, hat sich wahrscheinlich irgendwas gebrochen, ja. Wie er da runtergefallen ist, ach ja. Jetzt hat er genug von Einbrechen, ja. Und da traut sich nicht mehr zu mir, ach ja. Denn er weiß, der Prügel wartet auf ihn noch wahr. Denn, denn eines kann das sicher sein. Ein Einbrecher, der kriegt's bei mir mit dem Prügel rein. Ja. Ja.